Also, die moderne Hochschule in zehn Jahren würde so aussehen, dass wir uns nicht mehr an die Uni gebunden fühlen, sondern wir hinkommen müssen, sondern wir sind frei im Lernen, wir können von überall lernen, wir können von überall lernen, wo wir sind, wo wir sind, wir können lernen, in welche Reihenfolge wir wollen, wie wir wollen. Und das Ganze ist alles strukturiert und in einem Rahmenkonzept, was eben auf dem Computersystem basiert. Wodurch ich mir selbst persönlich meine Ziele setzen kann, meine Ziele persönlich erreichen kann und auch umsetzen kann, ohne in irgendwelchen Einschränkungen zu sein, die eigentlich gar nicht nötig sind und kann mich auf das fokussieren, was ich eigentlich will.